Moin Leute, willkommen zu unserer sechsen Part von Let's Play 6 & Fidgets. Ja, es ist noch immer Pilz-Event. Ja. Hier. Also hier sind wir ja gleich fertig. Hier auch gleich und dafür noch ein bisschen. Also. Zacke, 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 zacke. Ja. Los, jetzt. Kein Pilz bekommen, das nervt. Aber das war nur Glück von dem Nicht-Glück. Ach ja. Ne Kuh? Schnell? Nein, nicht schnell. Glück. Ist der Glück? Nein, ähm, Geschick brauchen wir nicht. Und. Ach, das können wir. Ja. Und ja. Ja. Okay, ist gleich. Glück und gewonnen. Nein, nicht gewonnen. Jetzt aber. Jetzt. Stück 4. Ach ja, ich vergesse immer zu erinnern. Oh, ja. Aber hier. So einer. Ui. Voll. Gewonnen. 2. 2. Ja. Was steht da? 6. 6. Karte auf 5 gewonnen. Ah, ja. Ah, ja. Hier mal Quest machen. Die sind bestimmt besser. 12 Rüstungen. Aha. Ah. Lassen wir wieder. Lassen wir lieber diese hier. Ach ja, jetzt kann man ja überspringen. Mit einem Pilz. Die Tier ist, ja, du kannst nicht, dann, ja. Ähm. Plup. Plup. Knapp gewonnen. Jetzt haben wir 5. Yay. Noch 5 Gold, dann können wir uns eine Gilde gründen. Ist gut. Gegen diesen hier. Plup. Jo. Ihre gewonnen. Gut. Die ist ja gleich. Okay, dann. Gucken, was wir hier alle bekommen. Ui. Das ist fies. Ich trage mich, wer das ist. Mhm. Aber warte, ich will mal zum Waffen laden. Der kostet ein Pilz und 90 Dings. Fünfzehn Rüstung. Ui. Ein gewisser Unterschied. Geschick 1. Ausdauer 1. Okay. Um. Oh ja, das, das brauchen wir jetzt wirklich. Oh ja. Also, das kaufen wir. Plack. Plack. Und das verkaufen wir so. Plack. Und schon sind wir stärker. Viel stärker. Nein. Hm, ich weiß. Das ist besser aber. Ich will endlich eine Gilde gründen. Dann können wir auch ausbauen. Dann können wir so. Ausbauen, dass wir mehr Gold bekommen oder so. Was auch immer. Ja. Das ist gleich. Also, schnell machen. Ach ja, verschneiden. Und jetzt hier. Warten. Lups. Und wir haben sowas. Und wir haben sowas. Und wir haben sowas. Und wir haben sowas. Zehn Rüstung. Aha. Ja. 32.827 Platz auf Server 24. Ich frage mich, wann der nächste Server kommt. Schraub ihn in die Kommentare, damit ich es weiß. Bitte. Ja. Mach eine Nütte hier. Dann können wir hier überspringen. Und da auch. Mach so hier. Ach ja. Aber nicht. Ach doch. Oh, nein. Oh, nein. Oh, yeah. Das war gut. Wawenladen. Das ist natürlich besser. Blimpf Rüstung. Rüstung. Aufstau. Ui. Das brauchen wir. Also. Jetzt mal schnell. Und das verkaufen wir. Und wir bekommen. 47. Trotz. Tuck. Wann kommt der Menschen da? Egal. Ja. Ein Hut. Mhm. Auch hier. Es wäre egal. Okay. 2. Guter Stab. Das hat 2 Ausdauer und das 2 Intelligenz. verkaufen wir. Also das verkaufen wir. Yay. Das. 12 Rüstung. Das hat 10 Rüstung. Kaufen wir. Kaufen wir. Ui. Da kommt schon ein bisschen. Money sozusagen. Ach ja. Ach genau. Nein. Ui. Boah. Das ist jetzt wirklich 36. Und wir haben noch so einen mickrigen Dingsbar. Ui. Also. So viel Glück muss man haben für so einen schönen Stab zu bekommen. Sofort. Ja. Es wird 6 Minuten dauern. Ach ja. Aber dann die Aufnahme. Hier. Das mache ich jetzt nicht oft. Aber los. Ach ja. Wir bekommen noch einen Pilz. Yay. Jetzt. Relativ stärker. Und wir bekommen 2 Gold. Ui. Und wir sind stärker. Nein. Nicht stärker. Wir bekommen mehr. Und hier nichts los. Nein. Dann 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 dann. 6 Rüstungen für Glück. 2 Rüstungen. Okay. Das war gut. Gute Entscheidung. Uff. Ja sowas. Guter Stab. Nein. Hier nicht guter Stab. Aber hier guter Stab. Ja. Und da auch. Ja. Und da auch. Der Stab. Und hier noch Stab. 36 so ungefähr. Und der hier hat wie viel? so 27. Ui. Ui. Geil. Jetzt Stufe 4. Da ist Stufe 3. 2. Das 29. Ui. 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 Das müssen wir auch die Aufnahme beenden. Jetzt gleich. Noch. 40 Sekunden. Was ist jetzt los? Nein. Ach ja. Ui. Was hab ich getan? Nein. Warum? Warum? Schöööön. Nuin erstmal. So was. Ah nein jetzt ist so ne Perl. Also glöck cheese und. Also tschüs Leute. Bis zum nächsten Lekt von Let's Play Shake stand Fidgets. Tschüs.